vieles schaffen jetzt ist es gut die Aufnahme läuft so lange, so lange kann ich einfach spielen, dann sollte ich es doch schaffen, habe ich es einfach ja klar läuft schon seit 8 Minuten warum das? ich schon so lange teste so behindert, ne? behindert ach man, du facket bin ich behindert jooo doch bist du schon du 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 du. weiter noch ich hab's geschafft also du facket dann was du nicht sagen doch du kannst mir mal arsch lecken vergiss eller nein das ist egal du das schneide ich zurecht wollen wir dann mal oder was ja meinetwegen aber hör auf zu tippen ach so speicher gerade okay ich hör auf zu tippen jo leute und damit willkommen zu kaiser mario mit dem dumm flash mit centos er hat einfach mal seine aufnahme laufen lassen eben der arsch ja was denn hat er es geschafft ähm das komische der finder wird zu schaffen ja ist doch schön so ein cheater echt ne warum warum da sterb ich ne ah der wirft immer vier bälle der faggot wie komm ich denn da jetzt rüber lass mich da runter lass mich da runter ich geh da runter geh das nicht schade ach auf die bälle kann man nicht okay oder falle ich runter also wie kommt man denn über die beiden pflanzen okay aber ruhig mit anlauf ja ja ganz einfach ja ganz einfach ja was er seine bälle geschmissen hat immer ja 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 wohl man schafft es auch ohne ja ja verdammt boah ich sollte nicht fahrt ich Komacik komm 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 scheeße ohne Leute ich bin so ein bisschen erkältet wer hat sich an T-Schick gemacht der arme nein es freut mich gleich mehr dass ich siege ich wollte schon die ganze zeit aufnehmen um einfach nur zu gucken geschafft fertig ja continue und save was geht ab ich freue mich gerade so riesig bis jetzt immer noch vor dem geister level ja klar ok jolo ach jagen joshi muss ich ja schon brauchst du bei einem bestimmten punkt nicht weiter jetzt schon das wird nichts für mich wir haben es doch fertig nein ich hab die ladetaste ja da aber wie kann ich jetzt mitnehmen spaß und joshi oh das war aber nichts ah bye nein eben habe ich es besser geschafft jetzt soll doch nach oben drücken um mich festzuhalten boah wieso werde ich denn so zerquetscht hallo willst mich verarschen ich will das level endlich schaffen Stefan hat das auch ganz schnell geschafft du schaffst es aber nicht so schnell centers ne weil ich zu blöd will dazu du bist du du bist du du bist du besonders wie du da war da war ja ein notenblock unten also sei mal ganz ruhig vor allem ich hab das mehrmals dazu zu der pflanze aber ich werde dann mittendrin verzeichen ach da hast ne pflanze in der mittag du scheiße was wird das mal ein level für mich hier wo wo warum wo 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 hm Ich kriege jetzt schon noch Hass auf dieses Level. Aber ich freu jetzt, ich bin jetzt. Da kommt schlimmer bei Stellen noch, als der Anfang da. Ich hasse den Anfang schon. Du weißt ja, dass der rote Yoshi oder die kleine Yoshi allgemein nicht diese schwarzen Pflanzen aber wegfressen können. Ja. Das wär so geil. Wär so geil, aber wär viel zu einfach wieder rum. Nein. Klar. Ist ja nicht zu einfach. Klar wär das. Ist ja genau richtig. Ja, für dich, ne? Genau. Cheater. Cheater nicht. Klar. Nö. Doch. Boah, du sollst nicht runterklettern, du sollst zur Geseitigen gehen, du Arsch. Nein. Wieso? Immer an der Stelle. Wir kommen ein bisschen weiter rüber, bis zu den Zahnrädern, die damit einmal auftauchen. Aber ich schaff das nicht. Noch weiter rüber. Pack. Gute Scheiße. Ah, ein Rotzlevel. Ja. Verquetsch mich doch mal, du Wichser. Nee. Danke. Ich verbrenne hier die ganze Zeit schon. Ja, heu doch. Heu. Heu. Ich schaff's an dem scheiß Karussell schon nicht weiter. Ob ich so dumm bin. Das ist doch verdammt schwer. Du musst richtig abfassen. Mann, du sollst dich festhalten, wenn ich drüber ziehe. Asi. Ach komm, jetzt lass ich auch noch Yoshi fallen, oder wat? Ja. Geschafft! Und nicht gesaved. Fuck! Ich bin weitergekommen. Ich bin weiter an die Pflanzen jetzt. Jetzt muss ich nur noch das rüber schaffen. Yoshi, warum tust du mir das an? Warum muss man dich mitnehmen? Du Grützbirne. Weil du mit Grütze bist. Boah. Ah. Du musst das Level haupt laufen. Ach ja. Ach ja, das war... Nein, warum speichere ich denn hier? Fuck! Hoffentlich hast du nur einmal den Safe gemacht. Weißt du was? Hab ich. Ich muss wieder von neu machen. Mit der Pflanze, ja. Generell. Ah. Hihihi. Freut mich schon irgendwie. Ja? Wieso? Weiß ich auch nicht. Ach man ey, ich bin zu dumm für das erste Level. Ach, ja genau. Ach, ja genau. Also ich hasse die Lava hier. Tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt mann 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 ich glaube man hatte so einen schönen guten start